Da sind wir auch schon wieder von Hunger Games hier mit dem Dauertrappeln von den ganzen Spielern. Und wir klicken uns einfach mal hier durch die Arenen durch und treffen. Einer hat funktioniert. Zwei von 32. Nur. Ja, es wird Spaß. Hallo, du bist der Zweude, du bist der Auserwählte. Hey, ich bin besser als der schon mal. Yay. Aber gleich rusht er so an mir vorbei, wahrscheinlich so. Oder er fährt runter. Juhu, ich auch. Drei sind schon da. Töten, töten, töten. Rating on Underplayers. Vier. Vier von 32. Oh, was war das? Das war ungefähmter gesprungen. Ich weiß nicht, was die Aufnahme jetzt gleich nach der Aufnahme, die wir gerade auch gemacht haben? Echo City. Ähm, Vote... Zwei. Ähm, Vote, Zwei, so. Vote, Zwei. Ah, Echo City. Ich hab sie vollgebracht. Nein, jetzt hab ich Shift im Sprung gehalten. Was ist Echo City? Echo City, weiß ich nicht. Ich kenn hier keine Maps. Hopps, 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 hopps... Okay, kommt die Aufnahme jetzt gleich nach der Aufnahme, die wir gerade gemacht haben? Ich frag noch mal. Ich mein, die mit dem runterfallen und dann bei Hangar beim Sterben? Ja, also... Ich weiß noch nicht, ob ich die online stelle. Aber egal. Ach, jetzt hab ich's doch eh schon erzählt. Ja, super. Echo City hat mehr Wolls. Kann man das noch mal? Vote, Zwei. Nee. Jetzt haben wir's grad zum Kumpel gesagt. Was heißt das jetzt? Nix. Du sprichst vorbei. Aber das... Das ist nix Neues. Das nennt sich Normalfall. Hopps, hopps, nix Neues. Hopps, hopps, hopps. Was war das grad? Alter, war ich grad so schlecht. Das war ein Normalfall. Also das war grad bei Gut. Nein, vorbei! Nein! Ach, jetzt sind hier alle drin. Nee. Das sah grad aus wie 32. In 50 Sekunden geht's hier los und das Jump-It-Wan ist wieder überfüllt. Weil mit dem Zwei hat's dann doch deutlich mehr Spaß gemacht. Ja, dann hätt ich direkt am Spawn gekillt. Ach nee, es gibt ja Schutz am Anfang. Aber es wird Echo City, würd ich sagen. Ja, was? Ego City? Echo. Ja, sagst du, die Ego ist doch mit G. Na, egal, ich nenn's trotzdem Ego City, weil's so nah dran ist. Klingt lustiger. Echo, warte kurz. Echo, das war doch... Echo Fresh. Ja, Ego ist auf jeden Fall... Ich! Ja, ich City. Ja, ich... Ja, okay, die Ego City hat gewonnen. Es geht in 10 Sekunden los. Voting ist geclosed. Und ich spreche wieder super englisch. Ja. 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 Was war das? Geil, ich hab mich weggepackt. Nochmal. Nääääääääää. Lol. muss ich so ganz nahe welche am anfang zurückgeportiert ja klar und jetzt hat es schon angefangen oder was ja auch im fleisch bringt fleisch ich hab rindfleisch gekriegt immerhin kommt die folge online ja die wird online kommen weil ich da besser bin aber die letzte werde ich auch online stellen und sehr langweilig ich hab goldschwert das sieht aber schön romantisch es geht schon los da aus den gewicht gehen los ich glaube leider war er zu schnell jetzt kommt jetzt kommt ja ich hatte ja mal so eine tolle idee über mein quer im let's play minecraft together machen kann soll ich ja kannst du ruhig sagen ist lustig ja gut also falls irgendein let's play hier noch dabei ist ihr könnt das gerne machen einer nimmt die maus und einer nimmt die tastatur das let's play weiter weist lustig ja und dann müsste ich versuchen zu spielen hörst du wohl auf ja mit einem eisenschwert wo ich klar mit dem eisenschwert du bist gestorben ich habe nicht mal auf wiederbeleben gedrückt und ich bin trotzdem wiederbelebt worden ist ja lust naja bis dahinter ist bereit ja ich kapiert ich will wissen welcher an ich bin geht das so jetzt werde ich gleich geportet ich hab's vorausgesagt ja scheiß aufnahme ich würde sagen häng ich noch eine runde dran nein im nächsten tag häng ich noch mit dem eisenschwert